Mobile Generalisten sind ein wichtiger Bestandteil im Modernisierungsmarkt. Hagebau hat deshalb schon 2016 begonnen, sich auf diese immer größer werdende Zielgruppe einzustellen. Immerhin prognostiziert das Soltauer Unternehmen deren Materialbedarf für 2020 mit voraussichtlich 8 Milliarden Euro. So wurde zunächst eine Studie bei der Handelsgesellschaft für Baustoffe in Auftrag gegeben. Sie lieferte viele Erkenntnisse zur wachsenden Marktbedeutung der werkstattlosen Handwerker. Unterschiedliche Sprachen und fast ausschließlich mobile Erreichbarkeit sind nur zwei Beispiele für die vielen Herausforderungen bei den Generalisten. Hagebau entwickelte gezielte Lösungen, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Eigens für sie entwickelte Schulungen, die sowohl Fachwissen als auch Praxistipps vermitteln, wurden beispielsweise an den drei Pilotstandorten gestartet. Hagebau-Bereichsleiter Johannes Lenskes verrät im Interview mit 1200 Grad mehr über die Annäherung an diese ganz spezielle Zielgruppe. Hagebau-Bereichsleiter Johannes Lenskes